Wie erwartet hat der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen gegen Claudio Pizarro und Jürgen Klopp eingeleitet. Sowohl Bremens Stürmer als auch der BVB-Coach stehen unter dem Verdacht, sich eines unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht zu haben. Pizarro hatte nach dem Spiel in Bochum in einem Premiere-Interview Schiedsrichter Dennis Eitekin als Katastrophe bezeichnet. Klopp legte sich in Hamburg zunächst auf dem Rasen und später in der Schiedsrichterkabine mit Referee Jochen Drees an. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben binnen weniger als 24 Stunden gleich zwei Trainer ihren Arbeitsplatz verloren. Nach Rudi Bommer in Duisburg erwischte es am Montag auch Frank-Pagelsdorf in Rostock. Der 50-Jährige wurde zusammen mit seinem Co-Trainer Timo Lange beurlaubt. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird Juri Schlüns das Training bei Hansa leiten. Aussichtsreichster Kandidat auf die Pagelsdorf-Nachfolge ist Gerüchten zufolge Ex-Dortmund-Coach Thomas Doll. Die Dallas Mavericks kommen in der NBA nicht richtig in Tritt. Bei den bis dahin noch sieglosen Los Angeles Clippers setzte es für die Texaner in der Nacht zu Montag die vierte Niederlage im sechsten Spiel. Beim 92 zu 103 aus Sicht der Mavericks konnte lediglich Dirk Nowitzki mit 33 Punkten überzeugen. Schmerzlich vermisst wurde Forward Josh Howard, der aufgrund einer Handgelenksverletzung pausieren musste. Bei den Clippers kam der deutsche Nationalspieler Chris Kamen auf 10 Punkte, 9 Rebounds und 3 Assists. Neun Spiele, neun Siege. Das ist die beeindruckende Bilanz der Tennessee Titans in der National Football League. Jüngstes Opfer Tennessees sind die Chicago Bears, die gegen die Titans am Sonntag mit 14 zu 21 den Kürzeren zogen. Ebenfalls in guter Form präsentierten sich die New York Giants. Der Titelverteidiger setzte sich bei den Philadelphia Eagles mit 36 zu 31 durch und weist nun eine Bilanz von 8 Siegen bei nur einer Niederlage auf. In einer weiteren Top-Begegnung siegten die Indianapolis Coles mit 24 zu 20 bei den Pittsburgh Steelers.